Wer hat nicht schon mal davon geträumt, eine Zeitreise zu machen? Wenn ich Lieder singe, am liebsten von Franz Schubert, dann gelingt es mir fast, eine Zeitreise zu machen. Oder zumindest ein bisschen durch seine Brille zu schauen, anstatt durch meine zerkratzte. Hier, an Franz Schuberts Geburtsort, singe ich im Oktober Lieder für euch. Ich verschenke Schubert-Lieder im Rahmen von Schubert für alle, gemeinsam mit dem Wien-Museum. Kommt in Franz Schuberts Geburtshaus und hört Lieder.